Nun ist es höchste Zeit, Sie alle zu unserem variierten Abend zu begrüßen. Geht das Ihnen gut? Ja! Okay! Glitter, Glanz und Gloria! So heißt unser Programm, mit dem wir Sie in den nächsten zwei Stunden in einer funkelnden Welt erfüllen wollen. Den Glitter gab es ja bereits am Eingang. Den Glanz heben wir und füllen den zweiten Teil der Show auf. Und Gloria bin ich! Ich werde Sie durch den Abend begleiten und fange sofort damit an, indem ich die 13-D-Tanz-Einlade unseres charmanten Clowns Momo ansage. Bühne frei für Momo! Bühne frei für Momo! Bühne frei für Momo!